Hallo und herzlich willkommen! Ja, wir sind hier in unserem Hühnerstall drin und zwar aus gegebenem Anlass möchte ich euch jetzt, also in dem Video soll es darum gehen, wie wir letztes Jahr im, ich muss gucken, Anfang Februar war das, den Hühnerstall hier ausgemistet haben. Ja, da letztes Jahr ich nicht mehr so motiviert war, die Hühnervideos zu machen, beziehungsweise wir dadurch unsere Selbstständigkeit ein bisschen in eine andere Richtung eingebunden waren. Habe ich da halt die Aufnahmen nur gemacht, aber nie praktisch ein Video draus geschnitten und euch hier präsentiert. Deswegen wollte ich das jetzt gerne nachholen. Und zwar haben wir das mit dem Stahlausmisten nach der Mauser gemacht. Komischerweise waren unsere Hühner, also das war ja das letzte Video, wo ich euch das über die Mauser erzählt hatte, haben die das praktisch über den Winter gemacht. Also ich weiß nicht, das habe ich da dann nicht gefragt, aber frage ich jetzt mal, ist das normal? Machen Hühner das immer über den Winter? Ich, keine Ahnung, kenne mich da irgendwie nicht mit aus. Wir hatten das ja bisher nur ein Jahr lang mal. Oh, jetzt sind die beiden Hähne drinnen. Na, vertragt ihr euch? Ich habe hier nichts. Das Fressen ist dabei so, ich rede hier nur, okay? Ja. Wo war ich jetzt? Achso, ob die Hühner immer über den Winter mausern? Also das fand ich irgendwie sehr unpraktisch, weil, naja, Mauser, sie verlieren Federn und dann im Winter ist es ja eher kalt. Gut, den letzten Winter, da war es jetzt nicht so kalt. Da war es dann eher Anfang des Jahres ein bisschen kälter, als die dann die neuen Federn schon wieder hatten. Aber ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie das vielleicht im Herbst oder im Frühjahr machen, wenn es halt ein bisschen wärmer ist und nicht über den Winter. Aber gut, also könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was da so eure Erfahrungen sind. Würde mich mal interessieren, ob das normal ist. Aber wie gesagt, wir haben das danach der Mauser gemacht. Der ganze Stall hier, wobei jetzt sieht man es auch schon so ein bisschen hier hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, ne? Auch alles voller Federn. Das ist nichts zu fressen, das sind nur Federn, die ich da gerade hergeholt habe. Ja, also wir haben, also machen das jetzt halt nicht ständig sauber, den Hühnerstall, sondern mein Mann hatte das damals recherchiert, dass wir das gerne mit der Deep-Litter-Methode, nennt sich das, machen wollen. Also, dass wir halt sehr, sehr, sehr viel Einstreu reinmachen. Ich weiß das gerade gar nicht. Sollen wir mal buddeln? Na, wie weit kommen wir? Okay, also meine komplette Handtiefe, wie tief sind das? 20 Zentimeter oder so, haben wir jetzt hier, ähm, naja, es sind keine Hackschnitzel mehr, sondern es ist jetzt, ähm, wie nennt man das ein Sägespäne? Ähm, ist jetzt hier drinne und zwar überall und da, ähm, soll das dann praktisch so sein, dass wir, da oben haben wir ja ein Kotbrett, ich weiß nicht, ob ihr das da noch sehen könnt, unter den Schlafstangen, ähm, und da, ja, ist ja das meiste, der meiste Kot geht ja da drauf, äh, wenn die Hühner da nachts schlafen und tagsüber sind sie jetzt im Sommer sowieso meistens draußen und das Kotbrett machen wir dann halt immer sauber, das heißt, das, ähm, kommt dann gar nicht hier in den Stall rein, ähm, aber, ja, wenn hier halt noch irgendwelche großen Haufen rumliegen, dann nimmt man die halt auch, wir haben dann immer Handschuhe an zum Kotbrett sauber machen, nimmt man das halt auch einfach weg, aber ansonsten, ähm, ja, ist hier so viel Einstreu praktisch drinne, dass die Hühner das von sich aus immer schon umgraben, wenn sie hier drin rumscharren und so, dass das halt ein Jahr lang so bleiben kann und, ähm, ja, einmal im Jahr müssen wir das dann eben sauber machen, das haben wir jetzt immer im Frühjahr gemacht und, ähm, wir hatten davor ja so Hackschnitzel hier drinne, also wir hatten, als wir hier in das Haus eingezogen sind, ähm, da hinten irgendwie so eine Thuja-Hecke, die war schon halb vertrocknet und umgefallen und so und dann haben wir auch noch ganz viel Physizien, glaube ich, waren das auch noch, ähm, wobei von denen haben wir gar nichts genommen, weil Physizien sind ja auch für die Hühner zum Fressen nicht gut, also da sollte man dann darauf achten, dass man dann, wenn man ein Streuhackschnitzel hat, jetzt keine giftigen Sachen für die da drin hat, ähm, falls die dann da, ne, eben was, äh, von fressen, aber, ähm, ja, wir hatten da auch noch ganz viele andere Bäume und Sträucher, die wir halt gestutzt haben und dann hatten wir uns so einen großen Häcksler geliehen oder beziehungsweise kam ein Mann dann hierhin, der diesen großen Häcksler wirklich als Anhänger hatte, ähm, und hat uns das halt alles durch, äh, geschreddert und da haben wir dann das hier für den Hühnerstall genommen, ähm, ja, und dann hatten wir halt jetzt dieses Jahr das nicht mehr, weil wir schon die ganzen Sachen da gerodet hatten, die wir roden wollten und da hatte ich dann aber bei, ähm, ebay Kleinanzeigen zu verschenken gesehen, hier so ein, äh, Sägespänenzeug, also ich nehme mal an, dass da irgendwer, ähm, also in blaue Säcke verpackt, dass da irgendwer, ähm, keine Ahnung, ähm, so Holzarbeiten gemacht hat, ähm, vielleicht auch von einer Firma ehemals mal und, ähm, da halt dann diese ganze Sägespäne und Hobelspäne und sowas übrig hatte und, ähm, da bin ich dann halt hingefahren mit unserem Smart 4-4, wo das, äh, alles ins Auto reinpasst, weil man denen so toll die ganzen Rückbanke umklappen und platt machen kann und sowas, super Auto, haben wir schon sehr, sehr lange und haben auch schon sehr, sehr viel mit transportiert, teilweise mehr als mit, ähm, dem Kombi von meinen Eltern, weil man da eben zum Beispiel den vorderen, den Beifahrersitz kann man bei unserem auch komplett platt machen, also kann man von hinten bis vorne hin dann wirklich so ein flaches, keine Ahnung, Paket bei, ähm, einem, äh, großen Möbelladen, wo man, ähm, ne, dann so flache Pakete hat, kriegt man da alles super rein, ähm, hab ich dann da halt auch gemacht, also alles platt gemacht, die ganzen Sitze und schön mit Decken und so ausgelegt, dass es halt nicht ganz so dreckig wird, hat leider nicht ganz geklappt, aber egal, und hab dann diese, ähm, Säcke mit dem, äh, mit der Hobelspäne hier abgeholt, das war auch hier bei uns in der Nähe, ich musste, ich glaube, auch zweimal, zweimal musste ich fahren, sonst, äh, hätte ich das gar nicht alles hier hinbekommen und das haben wir dann erstmal in der Garage zwischengelagert, da hatten wir dann auch so einen großen Karton, ich glaube, da waren die Solarpaneele vorher drinnen gestapelt, äh, die jetzt auf dem Dach verbaut sind, also auf jeden Fall hatten wir so einen großen Karton, wo ich das halt alles reingeschmissen habe, dass das so ein bisschen mäusesicher wenigstens ist, ähm, wenn ich nachher noch in einem so einen Sack so ein Mausennest finde, das haben wir dann erstmal dazwischen gelagert, genau, und nach der Mauser haben wir uns dann eben hier dran gemacht, das alles rauszumachen, ähm, da, naja, muss man halt erstmal den ganzen Hackschnitzelkram hier raus, ähm, karren, das haben wir dann immer mit, äh, großen Schaufeln und mit der Schubkarre, also mein Mann hat immer hin und her gefahren und ich hab hier drin geschaufelt, weil der immer sehr allergisch gegen Hausstaub und, ähm, wenn man hier so Staub aufwirbelt ist, deswegen konnte er das hier drin nicht machen, ich hab das aber, muss ich sagen, auch gemerkt, also eigentlich hätte man da eine Schutzbrille und eine Schutzmaske auch tragen müssen, weil man echt viel Dreck hier aufwirbelt, ähm, und Staub und so ein Kram, den man dann halt alles einatmet. Na, genug gefressen? Ja? Ist gut, ich erzähl noch ein bisschen was, ja, dann kannst du ja wieder rausgehen zu den anderen, vielleicht vermissen die dich schon. Ähm, ja, also haben wir das dann hier alles rausgeholt, wir hatten natürlich auch noch viel von diesen Strohballen, hier hinter mir ist jetzt einer, ich weiß nicht, ob ihr den nicht sehen könnt, da, äh, da haben wir zum Beispiel so ein Brett drauf und dann das Trinken da drauf, oder da vorne ist auch noch einer, da haben wir ein Brett drauf und das, äh, Futter drauf, weil wenn man das Futter hier unten halt hinstellt, ne, wenn die das einmal umschmeißen und hier drin vergraben, dann, naja, kann man ja vergessen, da drüben stehen auch noch zwei, wo auch Futter und das Trinken und so drauf ist, ähm, ja, und vorher hatten wir ganz, ganz viele Strohballen hier drinnen, weil wir die irgendwann auch mal bei Ebay zu verschenken hatten, ich glaube, die wurden sogar geliefert hierhin mit einem Trecker, äh, wollte halt jemand loswerden, hatte das vorher da auf seinem Heuboden und, naja, sollte halt weg und da hatten wir das ganze Abteil hier zugestapelt mit den ganzen Strohballen und die Hühner hatten ja erst nur diesen, diesen Bereich hier, ähm, und dann kamen ja immer wieder vermehrt die Kommentare von euch, als ich hier mit den Videos anfing, oh, Stroh ist ja ganz schlecht für Hühner, weil da können sich ja Milben drinnen sammeln, hier die rote Vogelmilbe und so, die dann die Hühner wirklich die ganze Zeit piesacken, ähm, die mögen halt gern dunkle Hohlräume, wo die sich halt, oder irgendwelche Ritzen oder sowas, wo sie sich tagsüber drin verstecken und nachts dann eben rauskommen, wenn die Hühner auf der Stange schlafen oder am Anfang schliefen die noch mal im Nest hier, ähm, dass die die dann halt, also, ne, dahin krabbeln und dann praktisch das Blut von denen saugen und ist halt ein Parasit, ne, also piesackt die Hühner schon und wenn man da nichts gegen tut und der Bestand von den Milben zu groß wird, dann können die die Hühner auch wirklich umbringen, ähm, aber ja, also wir haben bisher, toi toi toi, äh, keine Probleme damit, wobei mir auch mal von jemandem gesagt wurde, das kommt, wenn man frisch in der Hühnerhaltung ist, ich meine, der Vorbesitzer hat ja schon Hühner hier gehalten, aber wir haben, also der Stall hier lag, ich weiß nicht, bestimmt vier, fünf Jahre brach und wir haben dann ja jetzt erst 2020, äh, 20, im Sommer 2020 praktisch angefangen, also sind es jetzt zwei Jahre, ähm, bisher halt noch nichts davon und irgendwer hatte mal gesagt, das kommt halt erst ab dem dritten oder vierten Jahr, wenn man Hühner hält, also ich bin mal gespannt, ob das vielleicht bei uns dann irgendwann auch mal der Fall ist, auf jeden Fall, ähm, ja, wurde dann halt gesagt, Stroh ist halt schlecht, weil da halt so viele schöne, ne, Strohhalmen, sag ich nur, also Hohlräume in dem, in den Strohhalmen ist, wo sich die Milben halt sammeln können und, ähm, ja, deswegen haben wir hier fast alle Strohballen, wie gesagt, rausgeworfen, ein paar haben wir hier noch gelassen, um halt die Sachen da drauf zu packen, ähm, aber die sind ja auch weit entfernt von den, äh, Schlafstangen, also, ja, und an den Schlafstangen selber haben wir bisher noch nichts dran gefunden, also man soll ja nachts gucken, mit einer Taschenlampe leuchten und da, ähm, ja, haben wir halt keine gesehen. Aber, ähm, das stimmt schon, also mein Mann sagte zwar, ja, über Jahrhunderte lang wurden Hühner auf Stroh gehalten, wenn das so schädlich wäre, dann dürfte es ja kein Huhn mehr geben, aber klar, kann natürlich trotzdem sein, ähm, dass das, äh, die Milben, oder wenn halt Milben dann da sind, dass sie sich dann da drin ja viel schneller und ungesehener vermehren können und das fördert das Ganze natürlich und das will man dann nicht, deswegen haben wir da jetzt den Strohbestand reduziert und werden auch nicht nochmal neues Stroh uns irgendwo holen. Was für uns sehr gut funktioniert und was unsere Hühner auch sehr gerne mögen, haben wir jetzt hier auch in den Legenestern drinne, ist Heu, also wir haben ja große Rasenflächen, wenn mein Mann die senst, also wirklich langes Gras, ne, ähm, jetzt vom Rasenmähen, das geht auch, aber das ist halt dann mehr so kleines Krümelzeug, also am liebsten mögen die es natürlich schon, wenn das Gras einmal hochgewachsen ist und es dann einmal gemäht wird, also gesenst wird, äh, und dann getrocknet, also wirklich Heu, ne, wie man für Tiere zum Füttern oder so auch nimmt, das mögen die halt sehr gerne und wir gucken mal, ähm, in Zukunft werden wir das hier, wenn man die Strohballen dann da, ähm, raus hat, um das Futter da drauf zu tun, kann man ja auch, keine Ahnung, irgendeine Kiste umdrehen oder so, irgendwas wird uns da schon einfallen, ähm, was wir dann da zur Erhöhung oder so nehmen und, ähm, ja, mit dem Stroh haben wir dann zum Beispiel aber auch draußen, äh, Strohbeete angelegt, beziehungsweise wir haben da eine ganze Reihe Himbeeren. Ich hab nix zu fressen. Es ist nix da, da hinten ist es zu fressen drinne. Benjamin hat euch das eben neu aufgefüllt, geht mal da hinten gucken, an der Futterraufe. Ich hab hier nur den Zettel und erzähle was, okay? Ähm, da haben wir halt Strohbeete mit angelegt oder die Himbeeren mit gemulcht, also, da haben wir sehr viele Brennnesseln und auch Klettenlabkraut. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, Brennnesseln pieken, aber das Klettenlabkraut, wow, hier ist ja doch ganz schön schreckhaft, ne? Das Klettenlabkraut ist auch, wenn man da die Himbeeren pflückt und man dann da, also, ne, hin und dann zieht man es zurück, also da hast du nachher auch echt ganz schöne Striemen an den Armen, die sind auch ziemlich nervig, ähm, und deswegen haben wir da dann halt auch viel von dem Stroh hingetan, um dann halt unten das ganze Unkraut, sag ich mal, zu unterdrücken. Und, ähm, ja, wenn dann natürlich die Strohballen hier eine Zeit lang bei den Hühnern drin waren und die dann da schön drauf geköttelt haben und so, dann ist das natürlich auch noch schön gedüngt. Also, wenn man damit dann Beete anlegt oder irgendwas, ähm, mulcht, dann wegwachsen die Pflanzen natürlich umso besser, vorausgesetzt es sind Starkzehrer, also bei Schwachzehrern sollte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, so konzentriert hintun, aber das ist ja auch das, wo wir unseren, ähm, Hühnerkot immerhin entsorgen, wenn wir irgendwie was Neues anpflanzen oder sowas. Das ist immer sehr praktisch. Ähm, ja, und das ganze Hackschnitzelzeug haben wir dann auch, das haben wir, wo haben wir das hier hingepackt, unter die unsere Himbeer, äh, Himbeer, ähm, Obst, Beerensträucher, so, Beerensträucher, wollte ich sagen, da haben wir auch so eine ganze Reihe und da haben wir halt dieses ganze Hackschnitzelzeug, ähm, hingeworfen, was auch hier dann gut gedüngt war und dann eben hier diese, dieses hier reingetan. Hat eine Zeit lang gedauert, war, wie gesagt, sehr dreckig und staubig, hat dann aber im Endeffekt ganz gut geklappt. Wir haben sogar noch was von dem, von dem Sägespänenzeug übrig. Das hat mein Mann gerade, das hatten wir dann noch in der Garage, das hat er jetzt hier in den Hühnerstall gerade reingepackt, wo vorher noch die Hackschnitzelsachen drin waren, also da hatten wir so ein IBC aufgeschnitten, dass wir nur den, also nicht dieses Gitter drumherum, sondern nur dieses Innenteil davon, von, wie nennt man das denn, dieses Plastikding von dem IBC, ne, ähm, da haben wir das reingetan, weil wir die Garagen jetzt, ähm, in Zukunft für was anderes brauchen, aber da bin ich jetzt auf dem falschen Kanal. Ähm, ja, egal. Und, ähm, das Faszinierende war aber, dass am Anfang die, ähm, Hühner dieses, dieses Zeug hier überhaupt nicht annehmen wollten. Also wir haben das dann halt irgendeinen Nachmittag mal fertig gemacht und abends haben wir dann halt gewartet, die Hühner waren die ganze Zeit draußen, beziehungsweise wir haben dann nachher auch was vor die Klappe gestellt, damit, wenn wir hier am Schaufeln sind, nicht ständig die Hühner reinkommen. Ähm, und die wollten nachher einfach nicht reinkommen. Die standen da vorne vor der Klappe und guckten und, und beäugten das Ganze und waren so richtig, öh, was ist da denn passiert? Und die kamen einfach nicht rein, sie gingen immer wieder raus. Ich glaube, die erste, oder wir vermuten, dass die erste, die nachher drin war, Weizencreme war. Wir haben dann nachher vor, ähm, den Eingang vorne auf so ein Brett hier gelegt, also so ein Holzbrett, dass sie nicht direkt hier gleich auf dieses, dieses Zeug draufgehen müssen. Und, ähm, naja, wir haben dann abends geguckt, als es dunkel war, waren dann alle drin und saßen auf der Stange. Aber, das Faszinierende war, als wir dann am nächsten Morgen geguckt haben, so um 10 Uhr oder so, saßen immer noch alle auf der Stange. Also, die haben sich echt von der Stange nicht hier runter getraut, weil sie dieses, dieses, ähm, Sägespänen-Zeug nicht mochten. Ich meine, gut, das war auch am Anfang sehr fluffig. Also, am Anfang war das garantiert höher. Wenn man hier reingegangen ist, sind wir auch mit unseren Schuhen hier, ne? Man ist richtig eingesackt und hatte dann den ganzen Hackschnitzel-Kram hier in den Schlappen. Das war halt auch irgendwie blöd, aber, ähm, es war halt sehr fluffig. Und ich glaube, das war das, was die Hühner überhaupt nicht mochten. Die sind halt relativ stark eingesunken. Und, ähm, ja, das fanden sie halt überhaupt nicht toll. Dann hat mein Mann sie hier runtergenommen, beziehungsweise hat Sohan angefangen zu streicheln. Der mag ja eigentlich überhaupt nicht angepackt werden. Und hat den dann so lange gestreichelt, bis er von der Stange runtergeflogen ist und ist rausgegangen. Und hat dann nach seinen Mädels gerufen. Aber die sind einfach nicht gekommen. Die saßen da oben auf der Stange und haben auch geschrien. Also, haben halt, ne? Die sagten, sag, sag, sag. Und er stand draußen und hat gerufen. Aber die sind einfach nicht runtergekommen. Und dann hat mein Mann sie halt alle einzeln runtergenommen und da vorne in den Bereich gesetzt. Wir hatten ja noch einen Bereich an der Eingangstür mit den Hackschnitzeln. Also, wir hatten ja noch ein paar von den Hackschnitzeln gemacht, damit das da halt in dem Bereich nicht so krass, wo man einsackt, da haben wir sie dann hingesetzt. Und da sind sie aber auch erstmal wieder hier auf so einer Stange. Die hatten wir halt auch da vorne stehen. Sind sie halt auch erstmal so, äh, äh, ich stelle mich hier oben drauf. Oh Gott, oh Gott, was ist da unten? Und sind dann halt nur auf diesem Hackschnitzelbereich rumgelaufen. Und, ähm, ja, irgendwann sind sie dann auch mal hier rübergegangen und nach draußen. Weizencreme ist, glaube ich, drei oder vier Tage lang nur auf diesen Stangen, die hier überall sind, rumgelaufen. Oder hier auf dem, also hier vorne am Eingang haben wir das Brett gelassen. Dann ist da eine Stange, da ist sie langgelaufen. Hier ist eine Stange, wo sie langgelaufen ist. Und dann hier hinten hin halt zum Fressen, äh, zum Trinken und da vorne zum Fressen. Und von der Stange ist sie dann praktisch auf das Kotbrett hoch und auf die Schlafstange. Also, da hat es bestimmt eine Woche lang gedauert, bis sie überhaupt diesen Boden hier betreten hat. Der hat sich halt einfach nicht getraut. Vielleicht hat es auch anders gerochen. Klar, ist es natürlich viel frischer und riecht gar nicht mehr so, wie die Hühner riechen, wenn die hier ein Jahr lang praktisch drin waren. Keine Ahnung. Also, es hat ungefähr eine Woche gedauert. Da hatten sich dann alle dran gewöhnt und sind auch ganz normal hier wieder rein und raus spaziert. Aber das hat uns schon sehr... Also, da hatten wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass die hier irgendwie das Zeug nicht annehmen würden. Das hat uns doch ein bisschen überrascht, sagen wir mal. Genau. Ja, das war es zu dem Stall ausmisten, wie wir das gemacht haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Also, ob ihr das regelmäßiger macht oder ob ihr das auch nur einmal im Jahr oder alle halbe Jahre, was ihr für ein Material hier verwendet, ob ihr auch sowas hattet, wie wir jetzt, dass die Hühner das eine Material total gut annehmen, das andere überhaupt nicht. Ja, wie ihr zu Stroh steht, würde mich auch mal interessieren. Oder Heu, ne, ob ihr da... Also, wir machen jetzt unser Heu eigentlich fast... Also, alles, was wir hier benutzen, selber. Aber man kann das ja sicher auch irgendwo einkaufen oder bei irgendeinem Bauer des Vertrauens oder so nachfragen. Keine Ahnung. Ja, wenn ihr da noch irgendwelche Tipps oder Hinweise oder Anmerkungen zu habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Tschüssi! Das hier ist ein Strohfeld. Ein Strohfeld, ja, so sieht das aus, ne? Mit dem Strohfeld haben wir schon gemacht. Die anderen fehlen noch, ne? Da hinten habt ihr sogar schon ein paar aufgemacht, richtig? Da hinten die? Oder ist das das, was schon offen war? Ja. Achso. Ja, tschüss! Tag, Tag, Tag. Vielen Dank.